Laufender Kampf Nummer 26. Ich sehe alle Funktionäre, andere Plätze haben irgendwie da eingenommen. Wir haben jetzt noch ausschließlich noch Halbfinale-Kämpfe zu bestreiten und gehen in die Altersklasse der Jugend. Laufender Kampf Nummer 26. Halbfinale-Jugend-Friedengewicht. Dann rufe ich auf in die rote Ecke den Kämpfer Sergei Brabantler von APS Kulbach und ich rufe in die blaue Ecke den Kämpfer Dimitri Janin vom WC Eichstätt. Wow! Wow! Untertitelung des ZDF, 2020 Als Unparteiischer bei diesem, in dieser Regiepunkt fungiert, als Referee Junker, und als Fondrichter von Ehren, Portfolio Karl-Heinz Wollsteller, Werner Sassulka und Fritz Euthan. Die Distanze der Jugend gibt drei Runden auf drei Minuten. Rückfreie Runde eins. «Its» »B-3« 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 Das war's. 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 Das war's.